beziehungsweise hier kann ich hier obwohl jetzt kann ich auch hier machen warte so machen wir das immer so ich bin einfach mal beide so workbench berg steht hier genau tak 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 so doch das geht sogar ja das ist ein toller tisch ist auch eine sehr gute durchreiche hier oben gut ja okay gut das heißt nicht so gut merken wir uns einfach mal dass hier oben die hier für unsere sofa sind es wird ein sofa mal werden es ist schon so blöd dass wir wieder so wenig holz haben nur noch aber mann ich will einrichten brauche ich viel mehr holz für okay ja im nachhinein betrachter brauchen wir doch noch holz für die stür für die sachen und jede menge türen und da brauchen wir doch oh gott ja nee das wir haben zu wenig holz na gut wobei andererseits erst mal austesten ob das überhaupt die jetz schick und stecken Prozent Prozent die haben wir schon gemacht genau so dann machen wir das mal dann machen wir es ohne türen machen wir sagen wir nur mit schwindern aber das muss ja hier so ha ha ähm ne lol ich bin ein trottel also das ist mal jetzt einfach so wie es jetzt ist und das bleibt dann so aber war auch die äh seitenlehnen dran wo auch immer hier seitenlehnen sein sollten wenigstens geht das schon da kommen auch hier wieder die tischstecken dran tisch ist ja zwar eigentlich hoffnungslos zu hoch aber das ist ja jetzt erstmal egal so hier oben noch kommt erstmal eine dunstabzugshaube hin so äh dann türen zum bad und zum schlafzimmer brauchen wir natürlich jeweils türen das ist schon klar dann im wohnzimmer so äh 6 ja gut nachdem ist ja ich dachte schuss von uns ähm ähm komm nicht an der fernseher rein alles habe ich noch nicht abgebaut dafür brauche ich erst noch wieder drei diamanten für das was ich da abbauen will für obsidien so habe ich jedoch die die jukebox also sie wird wie folgt aussehen hier ist fernseher und dann stellen wir hier so in dem bereich so ein sofa hin ähm ah ja warte könnten dann hier den opa geschichten erzähl sessel hinstellen wer kennt ihn denn nicht den klassischen opa geschichten erzähl sessel äh so mein opa hatte nie einen das heißt er hatte schon einen sessel in dem er sehr gern saß aber er hat nie wirklich geschichten erzählt wenn er die geschichten am allgemeinen tisch erzählt so aber jetzt haben wir hier nämlich sogar eine lene wie man hier sieht auch wenn die lene sehr bescheuert aussieht ähm äh vor allem wieso haben wir hier keine ahnung das muss jetzt jemand verstehen stellen wir hier noch einen tisch hin das heißt es ist nicht das ist ein das das man mit es auch nur das und und die schadplatte haben wir sie noch irgendwo hinstellen der plattenspieler oh gott wo kann ich denn den sinnvoll aufstellen ich bin die bücherregale hier sinnvoll gewesen so als bücherwand sehen wir einen schöner oder hier so naja obwohl ich denke dass das ist schon eine der die geblieben werden die trelle fahre oder keine die du wie Platz für eine Redsland-Schaltung, wo ich die Kiste aufbauen kann, haben wir jetzt nicht, jawohl. Ich könnte hier einfach dann so, ja, einfach irgendwie eine Möglichkeit schaffen, wie ich Zugriff auf eine Kiste im Lager habe. Also, ich würde sagen, dass die Kiste durchgreifen kann, dass die Kiste durchgreifen kann, dann wäre das schon gut. Ja, das wäre cool. Ähm... Hey, was ist denn los gerade wieder mal? Okay, gut. Hm... Hm... Gut... Ach, aber jetzt habe ich sicher an die Kochbücher über die Küche gedacht. Egal. Und sie noch ein bisschen schienen, ja, gut, ein Klavier könnte ich noch bauen, aber... Äh, ganz ehrlich, wozu denn das? Nur, weil wir eigentlich schon uns lustig, ne? Da steht jetzt das Klavier. Das ist das Klavier. Gut, das baut was eigentlich anders, aber das ist mir egal, weil... Wie soll ich es denn anders bauen in der Alpha? Ich wüsste jetzt nicht... Wie, außer dass ich vielleicht die Rückwand noch aus Holz machen könnte. Na ja, gut. Das ist dann quasi so die Inneneinrichtung. Was ich mir zum Bau vorstellen könnte. Äh, ich könnte noch eine kleine Notiz an mich, äh... Ach so, hier. Ich könnte das einfach auch in die Küche stellen. Oh. Ah, jetzt haben wir es so gesehen. So, nämlich... Schlafzimmer und Badzimmer. Schlafzimmer. Fröhle aller Trennen und, ähm... Öl c, du... Und... Dusche. Badezimmer. Badez... Zimmer... Und... Öl... 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 Hm, wie soll ich denn bitte ein Schlafzimmer nennen? Matratzenhorchzentrale. Ich muss es... Äh... Müssen wir, glaube ich, besser. So. Gut, jetzt habe ich doch drei Türen frei. Dich einfach nicht bedienen. Also ich habe, ob ich jetzt irgendwas hinklatschen kann. Zum Beispiel, weil wir es nie alle brauchen wird. Ähm... Ist der Ausgang. Ich habe irgendwann das Gefühl, ich schlafe gleich hier während der Aufnahme ein. Meine Augen tränen... Also das heißt, meine Augen tränen... Mein rechtes Auge tränt. Also das hier. Alter, fuck. So. Oh Gott, wo bin ich denn jetzt? Ach so, hier. Äh... Kann ich auch nicht sinnvolles bauen. Ja gut, wie gesagt, jetzt kommt hier noch das Dach drüber. Es ist eh eigentlich ziemlich geil. Das Haus. Lustigerweise kann ich das noch eh noch nicht bauen. Weil es Zielgesteinträumen nicht gibt. So. Okay. Ich habe von vorhin gesehen, dass es irgendwie doof aussieht, weil das Haus... so... kurz ist, in Anführungszeichen. Ich könnte ja hier... Die könnte ich nicht, weil ich finde, die Wolle noch das Holz dazu habe. Aber hätte ich es, könnte ich hier... Jawohl. Eigentlich nicht, vor allem nicht, vor allem weil hier das Lager drin ist. Egal. Ich glaube, ich lasse es jetzt erstmal gut sein. Weil ich schlafe gerade fast ein. Das ist nicht so gut. Wie lange saved denn an das Level? Da unten links. Jetzt ist er fertig. Okay. Du wirst jetzt etwas kleiner geworden. Ist ja auch erstmal... Egal. Denn das soll es gewesen sein. Von Minecraft. Und... Ja. Bis zum nächsten Mal. Macht es gut und auf Wiedersehen.